hallo und willkommen zu command and conquer red alert natürlich im remaster und wir gehen jetzt hier die sowjet kampagne als nächstes auf geht's hören sie auf damit rum zu spielen ich muss sie nur noch richtig scharf stellen geben sie mir endlich die berechnungen für die sequenz wandler sofort hier die sind schon überprüft ob es da wohl regnet achtung bereithalten herr hitler ja was ist los ich habe keine zeit hier rum zu stehen ja ich versteh und haben sie ihn gefunden hitler ist aus dem weg gratuliere professor wenn hitler beseitigt ist dann das wird die zeit zeigen früher oder später die zeit wird es zeigen herr hitler Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Können wir hier offen reden? Natürlich. Machen Sie schon. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze zwei Cyborg länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Keine resistenten Cyborg-Typen? Keine Genosse Stalin. Zerstörung insgesamt? Etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Genug jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein Neuzugang. Ihre Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen. Beschäftigen Sie den Leutnant mit etwas Wichtigen, Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin. Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine, keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Okay, damit sind wir jetzt unter Stahlung unterwegs. Wir haben Nutzzeuge. Da kamen wir ein, hätten wir uns. Jawohl. Wunderbar. Da sind ja lauter Abwürfe. So, ja. Wir haben noch Luftunterstützung mit dabei. Und ja, wir arbeiten jetzt hinter Stahlung. Wobei die gerade sich nicht so ganz einig sind, wer da wie viel Spaß im Basis hat. Okay, die ballern tatsächlich ziemlich gut rein. Die Jungs hier. Die Brücke steht noch, wir können da rüber. Und... Natürlich. Einsatz erfolgreich. Okay. 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 Krass. Das ging gerade sehr explosiv zur Sache. Das hätte ich noch nicht erwartet, dass das so abrupt endet. Ja, wie man eben sieht, wir sind unter neuer Führung. Die zweifeln wieder mal an uns, aber wir werden am Ende den Krieg eh mal Eingang gewinnen. Und Stalin hat da irgendwie so seine Dame des Herzens mit der, keine Ahnung, was sonst noch so da betreibt. Wir müssen natürlich jetzt erstmal im Ansehen steigen. Und ja. Eigentlich, wenn man von der Story aus geht, wie wir es hier bei den Alliierten gespielt haben, sollten die Sowjets keine Probleme haben, diesen Krieg zu gewinnen. Weil wenn quasi der Spieler nicht auf Seiten der Alliierten ist, hätten die sowieso doch wenig Chancen gehabt. Aber mal sehen. Erstmal Map Europa. Wie sieht's aus? Wo wollen wir hin? Ja, also Türkei gehört uns noch nicht. Genauso Schweden, Norwegen. Sind wir nur ansatzweise unterwegs und wir pushen tatsächlich Richtung Deutschland. Da gibt's dann auch schon den ersten Split in zwei Missionen. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.